Aktion! Haben wir gehört? Ok, im 3. Oktober 2. Routine für die 2. Anfängerstunde. Wir haben ein Schulterrutsch, eine Haftbremse und einen Katapult. Und so ist es. 7, 8. Rutsch mit Schultern. Rutsch, return, zurück. Wir machen ein paar Basics, wir wissen nicht, was wir machen. Und jetzt gehen wir in die Haftbremse. Haftbremse, Signal. Die Frau dreht. Sie reinwinkelt. Turn, zurück. Return. Zurück. Zurück. Kassel. Die geht runter. Wir lehnen. Die kommt um die Beine. Sie dreht. Wir gehen zurück. Return. Volle Rutsch. Das ist die Francesca. Man im Darken Day. Das ist die Mischung. Wir gehen zurück. Das ist die Mischung. Ich kann auf den Schmuck. Das ist die Mischung. Und wenn ich das nicht. Das ist die Mischung. Dann, wenn ich das nicht. Vielen Dank.